Hi Leute, hier ist Heike Hab-Christian. Ich habe in dem letzten Jahr ungefähr ziemlich viel an meinem Leben verändert, sehr, sehr viele Aspekte meines Lebens verändert. Und wenn ich das, sagen wir mal, auf einen Begriff, auf ein Schlagwort bringen müsste, wäre das Stichwort authentisch leben. Und das ist für mich etwas, was sehr, sehr wichtig geworden ist, weil das für mich mein eigenes Potenzial, Veränderungen durchzuführen, aufgeschlüsselt hat, ermöglicht hat. Und deshalb kann das für euch auch interessant sein, für diejenigen, die jetzt zum Beispiel zu einer veganen Ernährung wechseln wollen oder zu einer High-Carb-Ernährung oder minimalistisch werden möchten und dann aber noch so diesen inneren Antrieb nicht haben, dass sie quasi wissen, das ist gut, aber das in sich selber drin nicht fühlen. Und dieses Video könnte für euch sein. Authentisch leben bedeutet für mich, ehrlich zu mir selbst zu sein. Es bedeutet für mich, dass ich mich auf einen Prozess begebe, auf eine bewusste Reise begebe, mich selber kennenzulernen und zu wissen, was ich eigentlich möchte, wo ich stehe, wo ich hingehen möchte und dass ich auch keinen Teil meiner Persönlichkeit unterdrücke, dass ich das mache, wovon ich überzeugt bin, dass ich das mache, was ich wirklich fühle und dass ich nicht das mache, was andere Leute von mir möchten oder was andere Leute von mir verlangen. Und ich dachte immer, dass ich das tun würde. Ich war immer sehr stark der Überzeugung, dass ich ein Mensch bin, der seinen eigenen Entscheidungen folgt, der seinen eigenen Prinzipien folgt. Aber je mehr ich dann solche speziellen Bücher gelesen habe, so Self-Help-Bücher oder sowas, zum Beispiel das von Louise Hay, auch wenn ich da ein bisschen was rum zu kritisieren habe, aber das habe ich ja immer, ne, habe ich gemerkt, dass ich das nicht wirklich getan habe, zumindest in sehr, sehr vielen Lebensbereichen nicht. Ich war ziemlich gut darin, solche Sachen zu machen wie Minimalismus oder Veganismus-Sachen, bei denen es einfach um sehr, sehr objektive Sachen ging. Aber gerade wenn es halt so in das Reich von zwischenmenschlichen Beziehungen ging, habe ich gemerkt, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich da nicht auf meine eigenen Gefühle gehört habe und somit nicht authentisch war. Nicht ehrlich zu mir selbst, nicht authentisch zu mir selbst und auch nicht authentisch zu anderen. Und dann habe ich mir so ein Sammelsurium aus verschiedenen Techniken zusammengebaut, wie ich für mich gucken kann, dass ich mich möglichst authentisch verhalte. Und das sind die Schritte, die ich dazu durchführe. Ich bin einfach ein Mensch, der alles immer sehr, sehr gerne auf Formeln runterbricht und das steht für mich nicht besonders im Gegensatz zu Gefühlen oder zu Gefühlsregungen. Es ist für mich eher ein Pfad, dem ich folgen kann, einem System, dem ich folgen kann, was jetzt aber für mich irgendwie nicht sklavisch zu beachten ist. Aber das sind einfach so das, was mich weitergebracht hat. Das ganze Vorgehen basiert darauf, dass ich in mich hineinhorche und meine eigenen Gefühle kennenlerne. Und ich gucke, was ich wirklich in mir drin fühle, weil ich nämlich ziemlich gut da drin bin, mich selber zu verarschen. Ich hatte immer eine innere Angst vor Veränderung, weil das Wort immer so bedrohlich groß klingt. Es klingt immer so, ja, wie soll ich sagen, so wie etwas völlig Neues. Man begibt sich irgendwie auf ein total unbekanntes Terrain oder so. Und ich habe dann mal darüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es in dem Sinne nur Veränderung gibt. Denn dieser Status Quo, den man immer so behauptet, quasi es gibt den Status Quo, es gibt die Dinge, wie sie sind und es gibt die Veränderung. Irgendwas Bedrohliches, was man machen muss. Das ist irgendwie so ein falscher Dualismus. Es gibt nicht das eine und das andere. Es gibt im Prinzip nur Veränderung. Selbst der Status Quo ist etwas, das konstant produziert wird. Man unternimmt konstant Handlungen, um den Status Quo zu produzieren. Und somit ist das für mich eine Form von Veränderung. Das sieht man ja auch in der physikalischen Welt. Es gibt ja bei, wenn du einen Schrank in deinem Zimmer stehen hast und zwei Jahre eigentlich nicht mehr in den Raum gehst oder so, würdest du sagen, okay, der Schrank hat sich nicht verändert. Der sieht halt immer noch gleich aus. Aber auf molekularer Ebene, alle Objekte, die über dem absoluten Nullpunkt befindlich sind, also über Null Kelvin, verändern sich ständig durch Molekularbewegung, dadurch, dass sich Elektronen verändern. Also selbst die Objekte, die wir um uns rum sehen, sind eigentlich gar nicht konstant oder gar nicht Status Quo im echten Sinne des Wortes. Selbst die sind in Veränderungen begriffen. Und das hat es für mich leichter gemacht, Veränderungen zu begehen, weil ich dachte so, okay, es ist gar nicht etwas so Außerirdisches. Es ist etwas, was ich so jeden Tag mache. Und das hat mir irgendwie selber gezeigt, dass ich in der Lage bin, Veränderungen zu vollziehen. Auch wenn es vielleicht etwas ungewöhnlichere Veränderungen sind, als die, die ich gemacht habe, um den Status Quo zu erhalten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Indem ich mich immer kurz daran erinnere, ermöglicht mir das einfach, Veränderungen zu begehen, weil ich dann nochmal kurz für mich merke und kurz mich wiederhole, Veränderungen sind nichts Schlechtes. Veränderung ist einfach etwas, was ganz normal ist und etwas, was ganz normal passiert. Wenn ich quasi dieses Was habe, dann überlege ich mir das wie. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation habe, möchte ich mich weiter vegan ernähren oder möchte ich mich nicht weiter vegan ernähren oder möchte ich mit dieser Person weiterhin zusammen sein oder möchte ich nicht mit dieser Person weiter zusammen sein. Was ich dann mache ist, ich überlege mir ganz konkret, wie ich mich in so einer Situation im Veganismus oder mit so einer Person gefühlt habe. Kurze Anmerkung, das bedeutet natürlich nicht, dass ich meine Entscheidungen nur auf Situationen beziehe, die ich schon mal erlebt habe, also dass die rein so positiv sind, sondern ich gucke mir natürlich auch so generelle Fakten an, die ich in meinem Kopf drin habe, aber die lösen für mich dann meistens schon direkt eine emotionale Reaktion aus, weshalb ich die hier einfach mal dazu zähle. Und ich gehe dann einfach in mich hinein und überlege mir, okay, was für Bilder kommen jetzt hoch, wie fühle ich mich dabei und da kommt, da ist der wichtige Punkt bei mir, dass ich nämlich nicht so denke so, ja, ich habe mich scheiße gefühlt, als ich jetzt irgendwie mit meinem Onkel oder so gesprochen habe und eigentlich ist der voll das Arschloch, aber das darf ich nicht fühlen, weil es ist mein Onkel, es ist Familie und das geht halt nicht. Das ist genau der springende Punkt beim authentisch Leben. Das ist etwas, was ich mir irgendwie ein bisschen aberziehen musste, wo ich halt immer bewusst drüber bleiben musste bei mir, zu denken, nee, nee, lass dieses Gefühl zu und erkunde das mal. Also ich gehe dann quasi in die Situation rein und ich überlege mir, okay, wie fühle ich mich, warum fühle ich mich so, was ist in der Situation passiert, wie habe ich die Situation damals bewertet, habe ich die Situation vielleicht falsch bewertet, würde ich die nachträglich anders bewerten und ich versuche also quasi die Gesamtheit aller Informationen zu diesem Thema zu erringen. Und das ist halt auch mit dem Veganismus nichts anderes. Mir wird, ich werde ab und zu gefragt, wie lange bleibst du noch vegan? Und die Sache ist halt, selbst wenn ich dieses Verfahren anwende und sage, okay, vielleicht gehe ich weg vom Veganismus. Vielleicht fange ich wieder an, Fleisch zu essen. Dann überlege ich mir, wie habe ich mich gefühlt, als ich vegan wurde? Wie habe ich mich im Veganismus gefühlt? Wie habe ich mich gefühlt, als ich Fleisch gegessen habe? Und dann ist für mich die Antwort ganz klar, ich bleibe beim Veganismus, weil ich mich so viel besser fühle und so wirklich glücklich bin, weil ich das lebe, was ich in mir drin fühle und was ich in mir drin für mich als richtig anerkannt habe. Wenn ich dann also die Gesamtheit aller Informationen habe und mir überlegt habe, wie ich mich fühle, dann muss ich die Konsequenzen dafür übernehmen. Das heißt quasi, entweder ich bleibe dabei, was ich mache, ich produziere den Status Quo weiterhin oder ich mache etwas anderes. Und in beiden Situationen muss ich mir überlegen, ich möchte jetzt, ja, ich muss, und in beiden Situationen muss ich die Konsequenzen übernehmen. Ich muss die Konsequenzen leben, ich muss damit umgehen können. Zum Beispiel ist das, wenn ich, ja, wie soll ich sagen, wenn ich mich halt entscheide, zu einer Person keinen Kontakt mehr zu haben, dann muss ich damit leben, dass die Person mich vielleicht nicht mehr so mag, dass es irgendwelche Diskussionen gibt. Und da ist es mir halt ganz wichtig, dass ich vernünftig damit umgehe. Dass ich halt den anderen nicht dafür beschuldige, sondern dass ich da ganz normal, ganz rational und mit Empathie an die Situationen rangehen kann. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, also ich war jetzt nie in einer Situation, in der ich irgendwie vergewaltigt wurde oder sowas. Ich glaube, das würde dann nochmal ganz anders aussehen. Es geht jetzt nur um normale Situationen. Ihr versteht, was ich meine? Und wenn ich dann am Ende von diesem ganzen Verfahren angekommen bin, habe ich eine Entscheidung getroffen, die achtsam für mich ist, die für mich authentisch ist. Die es mir ermöglicht, meine inneren Überzeugungen und meine inneren Glaubenssätze in mein alltägliches Handeln zu übersetzen. Die ganze Auswanderungsgeschichte war zum Beispiel ein Beispiel dafür. Ich habe mir dann überlegt, was fühlt sich für mich authentischer an, was fühlt sich für mich richtiger an, was spiegelt meine eigenen Grundsätze wieder. Und das war halt dann das Auswandern, das war halt nicht das in Deutschland bleiben. Und als ich dann diesen Entschluss gefasst habe, war ich einfach so glücklich und das ist für mich immer das Zeichen, dass es erfolgreich war. Das ist für mich immer das Zeichen, dass ich etwas zum Guten verändert habe. Und da bin ich einfach in letzter Zeit noch mit beschäftigt, wenn ich gerade nicht mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt bin, die ich am Dienstag abgeben werde. Und dann bin ich durch. Und ja, ich hoffe, das Video hat vielleicht dem einen oder anderen was gebracht. Und wenn dem so ist, dann hinterlasst mir gerne Kommentare. Können das Video auch scheiße finden, dann gebt mir gerne einen Daumen runter. Und ihr sollt ja authentisch sein. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Leute!